Davy Selke wechselt von Hertha BSC zum 1. FC Köln und heute zeige ich euch, wieso das Ganze ein guter Transfer für Köln ist, auch wenn der Transfer jetzt gerade von vielen Seiten so ein bisschen belächelt wird. Zunächst einmal gab es bei Köln auf jeden Fall Handlungsbedarf, denn aktuell sind mit Tigges und Adamjan nur zwei der eigentlichen fünf Stürmer im Kader fit. Kommen wir zu Selke selbst, denn er galt einst als großes deutsches Sturmtalent, gewann die U19 und auch die U21 Europameisterschaft und hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Mittlerweile ist er fast 28 Jahre alt und was sein Spielerprofil betrifft, so ist er auf jeden Fall ein großer Spieler mit seinen 1,95 Meter Körpergröße und ist auch dementsprechend kopfballstark. Dennoch ist er ein sehr athletischer Spieler, Laufstark kann vorne anlaufen, wenn es von ihm verlangt wird und das ist ja auch im Baumgart-System der Fall, dass bei Köln gespielt wird. Dabei weicht er dann auch oft aus dem Zentrum aus, wie wir hier auch an seiner Heatmap sehen können. Also er kann auch definitiv in einem Doppelsturm spielen, sollte sich aber im eigenen hohen Ballbesitz dann zentral im gegnerischen Strafraum befinden, denn der größte Pluspunkt ist seine Kopfballstärke, zumindest was Abschlüsse betrifft, da ist er wirklich sehr stark. Und so ist es ja auch so, dass Köln unter Baumgart stets die meisten Flanken der Liga schlägt, wovon letzte Saison ja auch schon Anthony Modest profitieren konnte. Selke hat 31 seiner 35 Bundesliga-Tore eben im 16er erzielt und gehört mit 6,11 gewonnenen Kopfballduellen pro 90 Minuten zu den besten 4% darin, was Stürmer in den Top 5 Ligen im vergangenen Jahr betrifft. Das können wir hier an seinem FB Ref Report sehen und dennoch tut er sich schwer, lange Bälle festzumachen. Also er kann es auf jeden Fall, aber bei seiner Statur könnte man da schon ein bisschen mehr erwarten in dem Bereich und er agiert eher als Abschlussstürmer wie als Wandspieler aus eben genannten Gründen. Dies ist dann halt eben zurückzuführen auf seine schwache Technik und sein schwaches Passspiel mit einer Passquote von 58%. Selke sollte also nicht unbedingt ins Kombinationsspiel eingebunden werden, aber das muss er auch nicht unbedingt, denn wenn man sich im Vergleich noch die Werte von Modest ansieht, dann zeigt sich, dass der sogar noch schlechter darin ist. Selke zum Beispiel kann immerhin noch den ein oder anderen guten progressiven Pass spielen oder auch erhalten und ist da gar nicht mal so schlecht, wie man denkt in Bezug auf sein Tempo mit einem Topspeed von 32,2 kmh. Kann insofern also auch im Kölner Condor-Spiel auf jeden Fall einen Mehrwert bieten. Klar, es geht schneller, aber ich hätte durchaus gedacht, dass er langsamer ist und auch bei der Hertha konnte er bei dem ein oder anderen Condor schon überzeugen. Davy Selke nutzt seine Chancen so ziemlich durchschnittlich. Für seine 35 Tore brauchte er 36 Expected Goals, also das kommt so ziemlich auf 1 raus und daher werden seine Werte in dem Bereich, also was Expected Goals und erzielte Tore betrifft, auf jeden Fall steigen. Bei Köln denke ich, da sie viel mehr Chancen für ihn kreieren werden, wie es jetzt bei Hertha der Fall ist, wo er nicht unbedingt ins System passt. Dann ist noch die Frage, was bringt er neben dem Spielerischen mit? Zum einen eine große Bundesliga-Erfahrung mit 202 Spielen, zum anderen ist er definitiv ein Teamplayer, zerreißt sich immer für seinen Verein, ist einer, den man als gegnerischer Fan hasst, den man aber in den eigenen Reihen schätzt und auch braucht. Zusammenfassend bringt Selke dem FC also wichtige Qualitäten neben dem Fußballerischen, wird er aber auch sportlich definitiv einschlagen, wenn er ähnlich wie Modest unter Baumgart eingesetzt wird. Also kurz gesagt nochmal so, dass er im Passspiel möglichst wenig eingebunden wird und im eigenen Ballbesitz in der Box auf Flanken lauert und die dann einnicken kann. Oder halt eben mit dem Fuß per Volley, wie auch immer, Hauptsache er macht seine Tore. Man muss also seine Schwächen kaschieren und auch seine Stärken setzen, zu denen auch seine Laufstärke zählt, mit der er das Pressing von Köln um eine physische Komponente erweitern kann. Also ich denke Selke wird einschlagen bei Köln, auch wenn da viele anderer Meinung sind. Vielleicht habe ich Unrecht, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen, aber ich denke aufgrund der Ähnlichkeit mit Modest wird es auf jeden Fall passen und mit Baumgart als Trainer könnte das auch funktionieren, denn er ist ja dafür bekannt, aus seinen Spielern viel mehr rauszuholen, wie man eigentlich denkt, was sie könnten. Das ist eigentlich bei jedem Spieler im Kader momentan der Fall und daher denke ich, dass es ein guter Transfer ist. Lasst mich abschließend gerne eure Meinung wissen, auch wenn ihr anderer Meinung seid, ich meine, da kann man immer friedlich drüber diskutieren oder reden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!